also müssen wir darüber darüber und noch ein weinglas ein wimmel bild drei weingläser fehlen 1 2 3 äh lichtbrechung ok was wollt nicht raus Oh, einen Schlüssel, was für ein Glück und ein Wimmelbild. Dieser Schaukelstuhl liegt auf etwas auf, doch worauf genau, weiß ich nicht. Wir müssen den Stuhl auf die Lehne kippen, um es herauszufinden. Ja, dann kippen. Äh, kipp ihn. Kipp ihn. Alter, du machst das alles an der Wissenschaft, oder? Dann nehme ich ihn in einer Hand, packe ich ihn da und mit der anderen ziehe ich das raus. Also brauche ich dann einen Haken und dann einen Schnur, dass ich den da irgendwo festbinden kann. Ey, Mann. So, Tausendfüßler. Buchstabe B und Tintenfass. Stern und Gabel. Stern. Äh, stopp, 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 stopp. Lass mich den Stern hier nehmen. Äh, das war ein Teleskop. Dann Gewicht und Buddha. Wo ist der Buddha? Buddha, Buddha, Buddha. Äh, Birnen und Kamm. Ah, Birnen und Zwiebel. Entschuldigung. Kamm haben wir ja gerade. Was bist du, Birnen? Und Zwiebel. Da ist die Gabel. Kann ich das da irgendwie verschieben? Nein, okay. Nicht, dass ich dann wieder verzweifelt irgendwas suche und das ist dahinter irgendwo. So, Buchstabe B. B, 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 B wie Bertha. Da ist T, aber kein B. Dann ein Tintenfass. Was ist das? Gewicht. Alter. Das erkennt doch kein Schwein. So. Bruder. Ist das sicher, dass da hinten... Na klar. Ist da hinten was. Was? Ich habe nichts gesagt. Ein Gewicht. Natürlich. Und mit dem Gewicht, das hängen wir da drauf. Und hui. Haben wir ein Rad. Für was auch immer. Was noch ist? Schon wieder ein Wimmelbild. So. Jetzt haben wir das wenigstens schon entblößt. Quarkenzieher, Ahornblatt und Hammer. Ahornblatt. Hammer. Quarkenzieher. Rose, Pfeife, Fliege. Was für eine Fliege? Eine Besitzfliege oder eine Anzugsfliege? Es gibt ja mehrere Möglichkeiten von Fliegen, ne? Rose haben wir hier. Eine Pfe... Ah, da ist die Fliege. Okay. So eine Fliege. Eine Pfeife haben wir hier. Zwei Pferde. Ein Pferd, zwei Pferd. Ein Fächer. Ein Schirm. Sonne, Knopf und Haken. Sonne, Knopf und Haken. Da ist der Haken. Da ist der Knopf. Und wo ist die Sonne geblieben? Gut, wir suchen einen Korkenzieher. Einen kleinen, lustigen Korkenzieher, der die Korken zieht aus der Weinflasche. Kennen wir ja alle, ne? Also... Alter, jetzt ist da schon wieder was, was steckt drinnen. Ich halte es im Schell nicht aus. So, und dann Schirm und Sonne. Also, ein Sonnenschirm, ne? Ich habe keine Ahnung, wo die Sonne ist. Ah, da ist die Sonne. Und ein Schirm. Ah, aufgezeichnet. Das ist schon wie ein Pilz. Ein Rosengriff. Für was auch immer. Okay, hier kann man nichts mehr machen. Hier liegt es auch, da fehlt ein Rad. Ein Rad. Tschüss. Eine Klinke. Und hier haben wir den Rosengriff. Huch, was ist denn das? Löwenschlüssel. Löwenstatue. So, dann haben wir da einen Schlüssel gefunden. Na ja, gehen wir halt mal rein, ne? Oh. Servus. Wir sehen Sarahs Geist ein weiteres Mal begegnen und sie scheint uns herbeizuwinken. Ihr Geist ist hinter der Wand verschwunden. Was liegt bloß dahinter? Es ist an der Zeit, es herauszufinden. Mit einem Schlangenschlüssel. Auf dem Boden des Gefäßes liegt ein kleines Zahnrad. Doch was ist diese Flüssigkeit? Da stecke ich meine Hand besser nicht hinein. Na, dann steck deinen Fuß hinein. Oh, ein Zahnrad fehlt hier. Oh, sobald ein Zahnrad platziert ist, brauchen wir eine Art Griff, um die Tür zu öffnen. Haben wir schon. Buch. Geheimversteck. Dieser Mechanismus ist faszinierend. Doch einige Teile scheinen zu fehlen. Wir müssen uns beeilen. Wir müssen hinter den Schrank gelangen. Ja. Ähm. Zzzzzt. Hallo? Zzzzt. Hallo? Zzzzt. Zzzzt, zzzzt. Hä? Zzzzt. Zzzzt, zzzzt. So. Ah, jetzt geht's. Pff. Ich denke mal, wieso geht das nicht? Zahnrad. Jo. Bevor wir das da reinstecken, hole ich mir den Schlangenschlüssel. Also die Schlangenstatue. Uh, wo waren die nochmal schnell? Uh, wo waren die? Wo waren die? Wo waren die? Wo waren die? Die war doch, die war doch, die war doch. Ah, ich weiß schon wieder wo. Da war's. Uh, eine Schlangenstatue. Jetzt haben wir noch einen Adler. Gehen wir wieder runter. Ah, rauf. Entschuldigung. Rauf meine ich. Rauf, rauf, rauf. Hier runter. Hier rein. Hier zur Türe. Zahnrädchen hinein. Ziehen. Und es geht auf. Was haben wir hier? Ah, okay. Die Tierbilder in dem Schrank sind dieselben wie auf dem Schlüssel und den Geheimfächern, die wir überall auf dem Anwesen entdeckt haben. Ich glaube, wir sollten den Inhalt dieser Geheimfächer hier hinein zurückbringen. Eines von diesen befand sich doch in dem Grammophon im Erdgeschoss, ein weiteres war in dem Brunnen im Garten und ein anderes im Globus der Bibliothek im ersten Stock. Eines befand sich beim Dock und ich vermute, das letzte ist irgendwo hier im Keller. Danke für den Hinweis, weil ich habe keine Ahnung, wo das war. So, die Eulenstatue war das hier. Die Schlange ist das hier. Dann Löwe wäre das hier und Tiger wäre das hier. Dann fehlt uns eigentlich nur noch das hier und das ist der Adler. Befindet sich hier irgendwo im Keller. Moment einmal. Ah ja, genau. Den haben wir nicht. Grammophon. Im Brunnen im Garten. Globus. Das haben wir nicht. Definitiv nicht. Haben wir beim Dock eins gefunden? Ich weiß es gar nicht mehr. Schande auf den Haupt. Jetzt muss ich direkt zum Dock dann nochmal nachschauen. Da ist nämlich nix mehr. Jetzt muss ich direkt zum Dock schauen. Nein, ich muss mich runter gehen. Nein, rauf. Und hier retour. Und hier retour. Jetzt machen wir diese epische Szene nochmal zurück zum Dock. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob wir das gefunden haben. Weil einer fehlt mir jetzt definitiv. Das ist klar, ne? Klar, wie die Klosbrühe. Und hier blinkt ja auch die ganze Zeit was. Das seht's. Und so schließt sich der Kreis. Huch. Epische Szene wieder. Über das Wasser. Wir rudern. Und hier wieder weiter. So, dann sind wir am anderen Ufer angelangt wieder. Dann können wir wieder hier zurück gehen. Hier runter gehen. Hier rechts. Hier zum Wandschrank. Und die Adlerstatue reingeben. Oh, ne Spitzhack. Oh. Hallo Mietzi. Oh. Und ein Spitzhack. Buch. Oh. Monsieur Davis, wir müssen uns unterhalten. Wir würden gerne wissen, was es mit diesem Raum auf sich hat. Ich fürchte, Sie haben meine Gastfreundschaft lang genug strapaziert. Ich muss Sie bitten zu gehen. Jetzt. Wie Sie wünschen. Wir werden gehen. Wenn Sie unsere Frage beantworten. In Ordnung. Dieser Raum ist ein Lager. Nichts weiter. Dort verstauere ich Dinge, für die ich keine Verwendung mehr habe. Das ist alles. Ich weiß, was Sie andreuten wollen, Monsieur Dupie. Ich bin kein Narr. Sie werden hinter dieser Wand nichts finden. Sie ist lediglich Teil des Fundaments. Buch. Rätselhaftes Zimmer. Im Gegensatz zu den anderen vermute ich, dass dieses so versteckt wurde, dass niemand es je finden würde. Es ist so kalt und dunkel. Der Raum ist fast vollkommen leer. Warum gibt es hier überhaupt einen Raum? Was ist das? Warum ist Ihre Leiche hier? Hier habe ich sie nicht. Ach, es ist wohl kaum noch wichtig. Ich gestehe alles. Obwohl es tragisch ist, haben wir es doch kommen sehen. Als wir die Erscheinung als Sarah Geist identifiziert hatten, war es nur eine Frage der Zeit, bis wir Ihre Leiche finden würden. Ein Teil von mir hoffte jedoch, nicht recht zu behalten. Doch der Gerechtigkeit muss Genüge getan werden. Ihre Unterstützung war ein weiteres Mal von unschätzbarem Wert. Ohne sie hätte ich es niemals geschafft. Jo meine Freunde und das war Dark Tales, der schwarze Kater von Edgar Allan Poe. Also nicht das Wimmelbild selber ist von Edgar Allan Poe, sondern die Story ist von Edgar Allan Poe. Ich muss sagen, ja es war ein ziemlich gut gemachtes Wimmelbild. Dafür, dass es, sage ich jetzt mal, ein etwas billiger gemachtes Wimmelbild war, war es nicht schlecht. Man hat in gewissen Szenen, in gewissen Wimmelbild-Szenen und auch so diverse leichte Animationen gehabt, was, sage ich jetzt einmal, das Game wieder ein bisschen lebhafter gestaltet hat. Habe ja schon Wimmelbild-Spiele gehabt, wo alles nur starr war. Das war ja einfach nur gezeichnet und hingeklatscht. Von der Story her, muss ich sagen, war ziemlich spannend. Ich glaube ein oder zweimal sind wir gehangen und haben nicht gewusst, wo wir weiter müssen, obwohl es eigentlich teilweise meine Schuld war. Also zum Schlüssel jetzt zum Beispiel, dass wir es wieder zurückhatschen haben müssen. Ja, wie gesagt, war halt teilweise meine Schuld. Teilweise habe ich mich nicht mehr erinnern können, zum Beispiel mit dem Kleiderhaken da auf dem Fensterpangel. Ja, gut, kann passieren, muss aber nicht passieren. So von den Rätseln her, ja, waren Schwere dabei. Die habe ich leider überspringen müssen. Wie gesagt, ihr kennt es ja, in einem Let's Play tue ich euch und mir das nicht an, dass ich jetzt da 10 Stunden lang ein Rätsel quasi löse. Ich will ja weiter vorankommen im Spiel, ja. Und so von den Wimmelbild... Also allgemein jetzt da von Wimmelbild und... Ja, Wimmelbild und Rätseln her, muss ich sagen, war es ziemlich ausgeglichen, ja. Also du hast viele Sachen entdecken müssen, du hast vieles gefunden. Und du hast aber auch wiederum viele Wimmelbilder gemacht, viele Rätseln gemacht. Also es war 50-50, sagen wir jetzt einmal so, ja. Es war nicht zu übertrieben, ja. Im letzten Wimmelbild-Game zum Beispiel, das war wieder für meinen Geschmack etwas zu übertrieben, die ganzen Wimmelbilder, ja. Da bist du wirklich von einem Wimmelbild zum nächsten geschickt worden, ja. Ist im Prinzip nicht so mein Fall. Also ich will schon irgendwie ein bisschen was Story-mäßiges haben und eine Story haben beziehungsweise auch erkunden müssen, et cetera, ja. Nicht nur Wimmelbild, 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 Wimmelbild machen, ja. So ansonsten von der Story her, muss ich sagen, recht gut gemacht, recht gut inszeniert, recht gut auch gezeichnet. Da, ja, da gibt es eigentlich nichts hinzu zum Fügen. Wie gesagt, falls es euch gefallen hat, es gibt noch ein Spiel von Dark Tales, auch von Edgar Allan Poe. Und zwar wäre das noch der Mord in der Rue Morge. Das werde ich dann als nächstes let's playen. Wie gesagt, auch von Dark Tales, auch von Edgar Allan Poe, also aus der Feder von Edgar Allan Poe. Und jo, schauen wir mal, wie das dann wird. Dieses Spiel, dieses Wimmelbild hier, der schwarze Kater, war auf jeden Fall gut. Und ich sage nicht das allerbeste Wimmelbild-Spiel, da bin ich schon was anderes gewöhnt von MCF, also von Mystery Case Files, leider Gottes, eines der besten Reihen. Aber Dark Tales kommt danach gleich an zweiter, beziehungsweise an dritter Stelle. Jo, wie gesagt, Freunde, ich hoffe, euch hat es gefallen. Das war's, let's play Dark Tales, der schwarze Kater, von und, also aus der Feder von Edgar Allan Poe. Und jo, ich wünsche euch was, Freunde, bis dahin, tschüss.